Moin Leute und willkommen zu meinem neuen Gesetzlosigkeitsguide zum Addon Shadowlands. Bevor wir anfangen, sei wie immer gesagt, es handelt sich hierbei um meinen eigenen persönlichen Guide, der definitiv von anderen Videos oder Forumbeiträge abweichen wird, da es sich hierbei um meinen eigenen persönlichen Guide handelt. Das sei gesagt, fangen wir an. Das erste, was geklärt werden sollte, ist, welche sekundären Werte welche Gewichtung haben und dementsprechend priorisiert werden sollten. Hier würde ich folgendermaßen ansetzen. An erster Stelle Vielseitigkeit, an zweiter Stelle Tempo, an dritter Stelle kritische Trefferchance und an vierter Stelle Meisterschaft. Eine kleine Erläuterung, wieso ich mich so entschieden habe. Vielseitigkeit steht an erster Stelle, weil wir damit unseren gesamten Schaden boosten und weniger Schaden erleiden. Es ist von den vier Werten der einzige, der unseren Schaden wirklich erhöht, da Meisterschaft hier nicht so effektiv ist, wie es beispielsweise bei Meucheschurken der Fall ist. Und deswegen hier an erster Stelle steht, weil Damage Boost ist immer gut. Tempo kommt hier in die zweite Position, da wir hier an drei Stellen von Tempo profitieren. Erstens erhöht sich unsere Energieregeneration dadurch. Zweitens haben wir durch mehr Tempo einen schnelleren Attack Speed. Und drittens, durch den schnelleren Attack Speed haben wir häufiger die Chance, die passive Fähigkeit Kampfkraft auszulösen, wo immer eine 75% Chance besteht, wenn unsere Schildhand Schaden verursacht, 10 Energie zurückzubekommen, wodurch unser Energiemanagement noch besser wird. Man sollte aber fairerweise sagen, dass, sofern man viel Tempo schon besitzt, man auch auf Tempo verzichten kann und damit auf kritische Trefferchance gehen kann, wenn man sich zwischen den beiden entscheiden muss. Heißt also, man muss sich nicht immer strikt daran halten, sondern kann ab einem gewissen Wert auch hin und wieder darauf verzichten, zugunsten von kritische Trefferchance. Zum Beispiel, wenn man über mehr als 20% hat, als Richtlinie. An dritter Stelle steht kritische Trefferchance. Ich denke mal, dazu muss man nicht wirklich viel sagen. Erhöht halt die Chance, dass unsere Fähigkeiten kritischen Schaden verursachen, was immer gut ist. Und, wie vorher schon erwähnt, auch mal bevorzugt werden kann, wenn man sehr wenig davon hat. Und an letzter Stelle steht Meisterschaft. Die sorgt dafür, dass der Schaden von Mengusche steigt. Mengusche ist so gesehen eine passive Fähigkeit, denn immer wenn wir mit der Haupthand zuschlagen, besteht eine Chance von 30%, dass wir einen zusätzlichen Schlag mit der Schildhand ausführen, der abhängig von der Meisterschaft Schaden verursacht. Leider ist diese Mechanik super, super schwach, da 30% einfach viel zu wenig ist und somit es sich nicht wirklich lohnt, in Meisterschaft zu investieren. Ich hoffe wirklich in Zukunft, dass Blizzard irgendwas daran macht, weil es eigentlich eine coole Idee und auch eine coole Mechanik ist, die lediglich Feinschliff oder eine komplette Erneuerung bräuchte, um wirklich relevant zu sein. Kommen wir nun zu den Talenten und wieso wir uns dafür entschieden haben. In der ersten Reihe haben wir uns für Pistolen-Hate entschieden. Denn immer wenn wir mit Finsterer Stoß zuschlagen, besteht eine Chance von 35%, dass Finsterer Stoß sich nochmal aktiviert und dass unser nächster Pistolenschuss die Hälfte unserer Energie kostet und doppelten Schaden verursacht. Durch Pistolen-Hate wird dadurch nochmal der Schaden um 50% erhöht und gibt uns zwei Kombo-Punkte statt nur einen. Das ist mit Abstand das beste Talent, was ihr hier in der ersten Reihe wählen könnt. Da Waffenmeister leider keine gute Alternative ist und mit 10% einfach zu wenig ist, da dadurch die Chance auf einen zusätzlichen Schlag von Finsterer Stoß auf 45% steigt, was nicht wirklich viel ist. Die einzige solide Alternative ist geisterhafter Stoß, aber auch nur dann, wenn ihr mehr auf Single-Target-Damage gehen wollt. Da für mich Gesetzlosigkeit ein Meister des AOE-Schadens ist, ist Pistolen-Hate von den beiden Talenten die bessere Wahl. Kommen wir zur zweiten Talent-Reihe. Hier habe ich mich für akrobatische Attacken entschieden. Das sorgt dafür, dass alle Angriffe und Fähigkeiten, die aus der Nahkampf-Reichweite benutzt werden müssen, jetzt auch von 3 Meter weiter genutzt werden können. Das ist ein wirklich schönes Talent und sehr hilfreich in Mythisch Plus oder Raid, denn wenn irgendwo Pfützen oder so liegen und man am Boss nicht so leicht rankommt, hat man einfach 3 Meter mehr Reichweite und kann weiterhin gut Schaden machen, um besser am Boss rankommen. Für alle die, die sich nicht wirklich vorstellen können, wie viel Reichweite das jetzt wirklich ist, habe ich zwei Screenshots vorbereitet. Oben seht ihr die Reichweite zum Trainings-Dummy mit dem Talent akrobatischer Attacken und unten ohne das Talent. Auf die Screenshot kann man erkennen, dass diese 3 Meter wirklich schon noch einen ganz großen Vorteil haben, wenn man es benutzt. Und seien wir mal ehrlich, dieses Talent hilft euch im Kampf deutlich mehr als die zwei anderen Alternativen, die ihr dort habt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Bei der dritten Talentreihe hat man Raum zum Experimentieren. Ich persönlich habe mich aber für Lebenskraft entschieden, was unsere Energieregeneration um 10% erhöht und wir allgemein 50 Punkte mehr Energie haben. Das sollte uns helfen, die Rotation stabil zu halten und weniger in Situationen zu kommen, wo wir warten müssen, bis wir genug Energie haben, um sie in unsere Fähigkeiten zu investieren. Eine wirklich gute Alternative ist hier auch Todesurteil, weswegen ich auch sagte, dass man auch Raum zum Experimentieren hat. Da wir dadurch sofort 5 Combo-Punkte am Gegner verursachen und wir ihn schnell ausschalten, sofort die Fähigkeit wieder zur Verfügung haben, um sie gegen einen weiteren einzusetzen. Damit kann man eine schöne Rotation erschaffen, da wir sofort 5 Combo-Punkte bekommen, sie sofort für Schaden nutzen können und wenn wir schlau sind, sie so einsetzen, dass der Gegner kurz vorm Sterben ist und somit sofort wieder die Fähigkeit zur Verfügung haben und somit das Spiel weiter fortsetzen können, was zu einer wirklich coolen Mechanik führt. Einziger Nachteil ist, dass es uns bei Bosskämpfen nicht so stark hilft wie Lebenskraft. Deswegen liegt es an euch, ob ihr gerne eine sichere und stabilere Rotation haben wollt oder ihr eher einen etwas aggressiveren Modus spielen wollt. Beides ist eine total solide Wahl und liegt an euch, wie ihr spielen wollt. Kommen wir nun zur vierten Talentreihe. Hier habe ich mich für von der Schippe Spring entschieden. Für welches Talent ihr euch entscheidet, liegt an euch, da alle drei Optionen eine gute Alternative sind. Eiserner Magen ist ein tolles Talent, wenn ihr im PvP-Bereich spielt und Flüchtigkeit wird auch sehr häufig im PvP-Bereich genutzt. Von der Schippe springen hilft einfach, nicht gleich direkt zu sterben, wenn man bei Bossen eine Mechanik verpennt hat, die einen sonst umbringen würde und somit eine zweite Chance hat. Weswegen ich mich auch dafür entschieden habe. Kommen wir zur fünften Talentreihe. Hier habe ich mich für die schwachen Ausbeuten entschieden. Das sorgt dafür, dass wenn wir Gegner stunnen, er 10% mehr Schaden aus allen Quellen bekommt für 6 Sekunden. Ist meiner Meinung nach das beste Talent, was man hier aussuchen kann, weil man dadurch schneller durch Trash-Gruppen kommt und durch dieses passive Talent deine ganze Gruppe von profitiert, während die beiden anderen Alternativen bis auf mögliche PvP-Situationen völlig nutzlos sind. Kommen wir zur sechsten Reihe. Hier habe ich mich für Inbrunst entschieden. Das sorgt dafür, dass immer, wenn wir einen Finisher benutzen, eine 20% Chance pro Kombo-Punkt, also bei einem 5-Kombo-Punkt-Finisher eine 100% Chance besteht, einen Stapel Inbrunst zu bekommen, was uns 2% mehr Tempo gibt und 5x stapelbar ist, also insgesamt 10% mehr Tempo geben kann. Das ist für mich die beste Wahl, weil dadurch unser Attack-Speed noch weiter steigt, unsere Energie-Regeneration noch besser wird, was immer gut ist. Gezinkter Würfel ist meiner Meinung nach einfach zu schwach, da wir bei Schicksalswürfel 2 Buffs bekommen, aber auch nur dann, wenn wir vorher die Fähigkeit Adrenalinrausch aktiviert haben. Nur dann. Also eigentlich eine einmalige Sache. Die Schreckensklinge ist eigentlich ein super cooles Talent, was aus der Erweiterung Legion stammt und hilft, schneller 5 Kombo-Punkte aufzubauen, wofür wir aber Leben opfern müssen. Da wir aber eigentlich keine wirklichen Probleme haben, schnell 5 Kombo-Punkte aufzubauen, empfiehlt sich nicht, dieses Talent zu nutzen, weswegen ich mich dann auch dementsprechend für Inbrunst entschieden habe. Kommen wir nun endlich zur letzten Talent-Reihe, wo ich mich für Mordlust entschieden habe. Das ist eine Fähigkeit, die auf einen Gegner springt und schweren Schaden verursacht. Zusätzlich, wenn wir bei der Fähigkeit Klingenwirbel aktiv haben, werden 4 weitere Ziele von Mordlust getroffen und erleiden 100% Schaden davon. Ich habe mich für dieses Talent entschieden, da immer, wenn man in Situationen kommt, wo man wenig Energie hat, man einfach die Fähigkeit einsetzen kann, weiterhin großen Schaden verursacht und währenddessen sich die Energie bis dahin erholt und man somit eine Möglichkeit hat, eine Situation zu umgehen, wo man wartet, bis man wieder Energie hat. Eine Alternative zu Mordlust ist Klingen am Sturm. Das Tolle an dieser Fähigkeit ist, dass man im Verlauf von 5 Sekunden 25 Energie zurückbekommt und damit schnell wieder Energie zurückbekommt. Der einzige Unterschied ist, dass Klingen an Sturm nicht so viel Schaden verursacht wie Mordlust. Zudem, und das ist meine eigene Meinung dazu, erreicht man mit Mordlust dasselbe wie mit Klingen an Sturm und verursacht noch mehr Schaden. Denn wie gesagt, sobald man Mordlust aktiviert, kann man in der Zeit keine anderen Fähigkeiten nutzen und kann somit seine Energie von alleine erholen lassen, während man guten Schaden macht. Während Klingen an Sturm aktiv noch dabei hilft, Energie zurückzubekommen. Beides ist eine gute Wahl, keine Frage. Ich persönlich bevorzuge aus dieser Logik aber eher Mordlust. Bevor wir zur Rotation kommen, müssen natürlich zwei weitere Dinge geklärt werden. Das eine wäre, welche Legendaries man benutzen sollte und das andere wäre natürlich, welchen Pakt man sich anschließen sollte. Zum Thema Legendary werde ich hier drei Stück vorstellen, da Blizzard gesagt hatte, man wird in der Zukunft mehr als einen tragen können. Und sofern diese bis dahin nicht genervt werden oder bessere dazukommen, kann ich euch für die Zukunft gleich die nächsten Legendaries weiter empfehlen. Das erste Legendary, was ich auch aktuell trage und dementsprechend auch empfehlen würde, ist Schnelligkeit. Das sorgt dafür, dass immer, wenn Adrenalinrausch aktiv ist, wir 8% mehr Schaden verursachen und wenn Zerhexen aktiv ist, immer eine Chance besteht, Adrenalinrausch nochmal für 3 Sekunden zu bekommen. Für mich ist das mit Abstand das beste Legendary. Nicht wegen den 8% mehr Schaden, was auch schön ist, sondern wegen dem Fakt, dass man auch immer wieder mal die Chance hat, die Fähigkeit für 3 Sekunden zu bekommen. Es ist zwar ein bisschen random, wann es sich halt aktiviert, hilft aber ungemein in gewissen Abständen die Energieregeneration zu steigern und somit unsere Rotation stabiler zu halten. Außerdem benutzt man sehr häufig Adrenalinrausch mehr als einmal in einem Bosskampf, womit der Nutzen einfach höher ist. Die zweite Wahl wäre für mich mal das Meister-Assassin, was dafür sorgt, dass wenn wir aus der Verstohlenheit rauskommen, alles was wir in 4 Sekunden an Schaden und Fähigkeiten einsetzen, ein garantierter kritischer Treffer ist. Zusätzlich, und das macht es meiner Meinung nach zu der zweitbesten Wahl, wird man sehr häufig dazu kommen, mit Verschwinden die Fähigkeit neu auszulösen, womit wir immer mal wieder garantierten kritischen Schaden verursachen. Der einzige Grund, warum es bei mir nicht an erster Stelle steht, ist, weil man nur 4 Sekunden hat. Das ist nicht wirklich viel Zeit und da hat man mit Schnelligkeit eine gewisse Konstante, die man mit diesen Legendary-Heighten nicht hat. Das letzte Legendary, was ich empfehlen kann, worauf ich aber nicht mehr so stark eingehen werde, weil es unwahrscheinlich ist, dass wir 3 Legendaries tragen werden, ist noch die verborgene Donnerbüchse. Wenn man irgendwann 3 Legendaries tragen sollte, würde ich mich für diese entscheiden und diese Reihenfolge einhalten. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar den Pakten. Man sollte dazu sagen, dass die Schurken wirklich ganz großes Glück haben, was Pakte angeht, denn Damage-technisch liegen alle 4 Pakte nah beieinander und er spielt von Damage her kaum eine Rolle, welche Pakte ihr euch anschließt, da alle gleich gut sind. Ich habe mich der Nachtfee angeschlossen, da sie meiner Meinung nach das rundeste Paket an Fähigkeiten und Seelenbanden haben und somit für jeden was dabei ist. Sepsis ist vor allem ein guter Single-Target-Schaden, die je nachdem einen zusätzlichen Nutzen hat, in dem wir entweder eine Fähigkeit aus der Verstohlenheit einsetzen können oder die Uplinkzeit der Fähigkeit verringert wird. Gerade die Kombination mit einem Medium, namentlich Chancenberechnung, macht diese Fähigkeit ziemlich cool. Apropos Medium, kommen wir zu den Seelenbanden. Solltet ihr euch der Nachtfee anschließen, würde ich ein Seelenband mit Corrin eingehen. Aber auch nur, wenn ihr mehr AOE-Schaden machen wollt. Wenn ihr aber mehr Single-Target-Damage machen wollt, was gerade bei Bossen immer gut ist, dann empfehle ich euch, ein Band mit Nier einzugehen. Ich persönlich spiele sehr häufig eher mit Nier, da man eine gute Balance zwischen AOE und Single-Target-Damage hat. Zum Abschluss kommen wir zu den Medien, die benutzt werden sollten. Ich empfehle hier ganz klar Chancenberechnung, was dafür sorgt, dass immer, wenn wir Hinterhalt oder Tötung einsetzen, eine Chance besteht, einen Buff von den Schicksalswürfeln zu bekommen. Das Coole an diesem Medium ist, wenn wir aus der Verstohlenheit zum Beispiel Hinterhalt einsetzen, ist die Chance und Dauer verdreifacht, was dieses Medium zu einem Must-Have macht. Solltet ihr nicht zu den Nachtfay gehören und könnt noch einen weiteren Schadensmedium nutzen, dann würde ich hier noch ganz klar Fingerfertigkeit einsetzen, da dadurch die Chance höher ist, mehr als einen Buff von dem Würfel zu bekommen. Welche restlichen Medien ihr benutzt, liegt an euch, weil das wirklich sehr situativ ist und davon abhängt, wie ihr spielt und aber keinen so großen Einfluss auf den Damage mehr hat. Kommen wir nun endlich zur Rotation. Wir werden hier zwei Varianten zeigen, einmal als Single-Target und einmal, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft. Kommen wir erstmal zum Single-Target und es funktioniert wie folgt. Ausgangspunkt ist die Verstohlenheit. Wir benutzen erstmal die Schicksalswürfel, greifen mit Hinterhalt an, setzen dann die Nachtfay-Fähigkeit Sepsis ein, bauen fünf Kompo-Punkte auf, benutzen dann Zerhexeln, aktivieren danach Adrenalinrausch, bauen fünf Kompo-Punkte auf und setzen zwischen die Augen ein. Ab hier bauen wir fünf Kompo-Punkte auf und setzen Tötung ein. Sollte sich im Verlauf Pistolenschuss durch finsterer Stoß aktivieren, setzen wir die Fähigkeit aktiv ein, um fünf Kompo-Punkte aufzubauen. Außerdem sollte man, sobald verfügbar, Verschwinden benutzen, um mit Hinterhalt zuzuschlagen. Wenn Sepsis abläuft und wir dadurch eine Verstohlenheitsfähigkeit zur Verfügung haben, benutzen wir noch einmal Hinterhalt. Wenn ihr im Kampf merkt, dass eure Energie zu langsam regeneriert und ihr gerade zu wenig habt, setzt ihr Mordlust ein. Sobald Zerhexeln ablaufen sollte, bauen wir wieder fünf Kompo-Punkte auf und setzen sie wieder ein. Dasselbe gilt auch für Schicksalswürfel. Wenn sie ablaufen sollten, setzen wir sie wieder ein, um diese zwei Buffs aktiv zu halten. Ab hier ist es alles sehr situativ. Wenn zwischen die Augen wieder aktiv ist, setzen wir sie wieder ein. Kann man Adrenalinrausch wieder einsetzen, setzen wir die Fähigkeit aktiv wieder ein. Sollte Verschwinden wieder bereit sein, setzen wir sie wieder ein, um Hinterhalt zu nutzen. Ist Sepsis wieder bereit, setzen wir sie aktiv in die Rotation ein. Kann Mordlust wieder eingesetzt werden und wir haben gerade wieder wenig Energie, setzen wir sie wieder ein. Und so geht es immer weiter und weiter. Für alle diejenigen unter euch, die nicht der Nachtfee angehören und somit Sepsis nicht haben, können anstatt Sepsis einfach ihre Paktfähigkeit einsetzen. Das heißt, es hat keinen Einfluss darauf, wie die Rotation sich verändert. Ihr ersetzt einfach die Paktfähigkeit, die ich besitze, durch eure. Dasselbe Prinzip gilt auch für den Kampf gegen mehrere Gegner. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir nach Hinterhalt sofort Klingenwirbel einsetzen, um mehrere Gegner zu schaden und darauf achten müssen, wieder Klingenwirbel zu aktivieren, sobald die Fähigkeit bereit ist. Das heißt, zwischen Hinterhalt und Sepsis aktivieren wir noch Klingenwirbel. Zudem nutzen wir Mordlust deutlich häufiger und aggressiver, statt es nur dann einzusetzen, wenn man gerade weniger Energie hat. Ansonsten, wie man hier im Video sehen kann, bleibt alles so, als würden wir die Single Target Rotation spielen. Und das war's auch schon mit meinem Gesetzlosigkeitsguide. Wenn ihr noch Fragen habt zum Video, könnt ihr sie mir gerne unter die Kommentare stellen. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wie zum Beispiel mein Meuchelschurken-Guide, dann würde ich mich auch sehr über ein Abo von euch freuen. In dem Sinne sehen wir uns in meinen anderen Videos wieder. Bis dahin. See ya, Leute.